Hallo und herzlich willkommen zu Five Nights Before Freddy´s. Ein Fan-Game. Das erste Fan-Game des Spiels. Ich habe noch nicht gesehen, wie das Spiel geht oder sowas. Nie selber gespielt, noch nie gesehen auch. Denk ich, soweit ich weiß. Wir werden es ja jetzt sehen. Wir starten ein neues Spiel. Okay, würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Help Wanted. This job is only going for five days. Vielleicht? Ja, ne? Und der Storyline, hier. Also... Mutig ja. Alter Junge! Ich muss sagen, es hat was. Sogar ein Phone-Guy, Alter. Also, die sind jetzt aktiv. Du hast falsch verstanden, beide. Dunkel blinkt, Leute. Ich höre was von da an. Ja, die sind jetzt beide auf der Seite. Sobald es dunkel wird. Also diese Ausrufezeichen, die Dinger da. Dunkel wird. Sofort Strom ausmachen. Ich schwöre, es ist drei Sekunden. Aber geschafft. Dann ist ein Problem. Ich schwöre, es hieß drei Sekunden. Sofort Strom. Sofort Strom. Also diesen Fall. Sofort Strom. Sofort Strom. Sofort Strom. Sofort Strom. Hut geklickt und auf einmal hatte ich drei Sterne, die fünfte Nacht und die sechste Nacht und die Final Night. Oder war das schon gerade eben, als das Spiel mal gestartet hat? Egal, wir machen beim nächsten Mal dann halt Nacht 2 weiter. Ich muss halt wieder die erste Nacht. Okay, wir sind schon das nächste Mal wieder bei Five Nights Before Freddy's. Bis dann. Ciao. Bis dann.